Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von NoStick. Heute seht ihr, dass Richard nicht Schlitten fahren kann, Autofahren kann aber auch nicht und ein Lada bremst vor der Zielflagge. Ich habe mich schon oft gefragt, ist ein Lada, der seit 40 Jahren fast unverändert gebaut wird, wirklich so viel schlechter als moderne Autos. Deswegen haben wir uns einen BMW X1 und einen Lada lieber organisiert, sind damit nach Salzburg gefahren, zur Eis- und Schneestrecke im Dommertal beim Franz Schiefer, um die beiden Autos miteinander zu vergleichen. Immerhin sind die beiden vom Innenraum fast gleich groß mit dem klitzekleinen Unterschied von fast 50.000 Euro für den BMW und 10.000 Euro für den Lada. Bei dem Tarif bekommt man aber auch alles, was man sich für den BMW wünschen kann, er hat aber auch 1.700 Kilo. Auf Asphalt hat der Lada laut der Motorfachpresse einen Bremsweg von 52 Metern. Der BMW X1 braucht dagegen nur 36,3 Meter, um von 100 auf 0 stehen zu bleiben. Also bremst er offiziell wesentlich besser. Aber wie ist das auf Schnee wirklich? Wir haben jetzt einmal die Zielflage eingesteckt und sind mit dem BMW und sind mit dem Lada auch 70 km abgefahren, haben beim gleichen Punkt gebremst und haben uns gefragt, wie schnell wird der Lada stehen bleiben, weil immerhin heißt es ja, der braucht 52 Meter zum stehen bleiben und ist so also wesentlich schlecht, dass er bewegt. Also anschaut, welchen Abstand wir da jetzt zwischen den beiden Autos haben, ist es ja wirklich erstaunlich, was die Technik heutzutage alles kann. Irgendwie ein Scherz, oder? So, jetzt haben wir bei dem Auto schon ein bisschen gesehen, den BMW mit seinem 2,5 Liter Motor, der mit Vollausstattung ist. Das heißt natürlich auch, dass er mit einem Bremsweg mit 1.700 Kilo hat er natürlich einen etwas längeren Bremsweg als der Lada. Aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass er diese 50-50 Gewichtsverteilung hat, ist er gerade zum Driften, gerade auf der Kreisbahn, wesentlich berechenbarer, weil man kann einfach die Runden drehen und Runden drehen. Wunderbar, super, das macht einfach Spaß. Warum braucht er beim W auf Schnee und Eis aber tatsächlich länger zum stehen bleiben? Nun einfach, hier das Zitat dazu von Wikipedia. Die Trägheit ist die Eigenschaft von Körpern in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine äußere Kraft auf sie einwirkt. Die träge Masse gibt die Größe der Trägheit an. Je größer die Masse, also das Gewicht eines Körpers ist, umso weniger beeinflusst eine auf ihn einwirkende Kraft seine Bewegung, wie zum Beispiel die der Bremse. Der Lada von Ihnen ist vom Grundprinzip wie ein Porsche, und zwar nämlich der Schlüssel kommt links vom Lenkkart in die Zündung. Ansonsten ist der Lada von seiner Ausstattung her relativ übersichtlich. Es gibt jetzt nichts, was man hier nicht verstehen kann. Es gibt ein Licht, Heckscheinmischer, Lüftung, Heckheizung, Nebelscheinwerfer. Fertig! Wichtig beim Lada ist, er ist natürlich ein richtiger Geländewagen, deswegen gibt es hier dann noch einmal die Differenzialsperre, dann gibt es hier das Untersetzungsgetriebe, damit man, wenn es halt wirklich steil bergauf gehen sollte, auch noch raufkommt. Also man kann mit dem Lada Steigungen bis zu 60 Grad fahren, was richtig viel ist. Weil man kommt da mit die Ohren hin, man wird davon nicht im Stich gelassen, und wenn er wirklich nicht funktioniert, mit dem Hammer drauf und dann klappt man, das funktioniert wieder. My Lada Neva, it does deliver me where I want to go. My Lada Neva, it does not shiva when it is out in the snow. So powerful that it can drive up the Wapiti. As I go to go snowboarding, down slope the dark I knee. I bought it secondhand, but it always gets me there. For both me and my Neva run a vodka and a prayer. Lada Neva! Lada Neva!